Die hatte bestimmt einen Tipp, weil sie daher kein Sex von der Ehe. Dann gehen wir direkt rüber zu einer Reaction. Julia, 27, lernt ihre Asexualität kennen. Dass Sex so omnipräsent hier ist. Ja, guck mal, aber jetzt, wenn ich die direkt sehe, ohne jetzt irgendwie ausfällig zu werden. Ja, meint ihr, das hat einen anderen Grund, warum sie asexuell geworden ist? Vielleicht wollte sie niemand ficken. Auf gut Deutsch gesagt. Also das ist jetzt kein Wortschatz, den ich an den Tag lege. Ich würde sagen, keiner wollte mit ihr den Beischlaf vollziehen. Aus religiösen Gründen. Die hatte bestimmt einen Tipp, weil sie daher kein Sex von der Ehe. Also nicht nur hier, aber es ist sehr sinnbildlich hier, würde ich sagen. Führt halt schnell dazu, dass ich mich total falsch fühle, weil ich mich gar nicht damit identifizieren kann. Das gehört irgendwie nicht zu mir. Ich habe nie das Ziel gehabt, oh, ich muss jetzt mal eine Jungfräulichkeit verlieren. Ich muss das erste Mal Sex haben. Das war für mich gar kein Thema. Und ich glaube, dass das normalerweise in der Jugend ein sehr großes Thema ist. Das sind so Punkte, wo ich merke, oh, da war tatsächlich bei mir irgendwie was ganz anderes. Das führt schnell dazu, dass ich mich frage, was falsch mit mir ist, weil ich mit diesem Teil der Gesellschaft irgendwie so gar nichts gemeinsam habe. Läuft durch den Kiez und fühlt sich jetzt irgendwie diskriminiert oder was will die uns sagen? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube Asexualität ist eine Krankheit, ne? Jetzt kann ich wie jemand kommen und sagen, ey, wie kannst du sowas sagen? Ich will keinen Sex, Ausrufezeichen. Das hört sich so an, als hätte sie jemanden dazu zwingen wollen oder drängen wollen, ne? Irgendein Flüchtling aus Afghanistan auf dem Hamburger Kiez. Ich bin Julia, ich bin 27 Jahre alt und ich identifiziere mich als asexuell. Aber warum mit dieser Anstecker? Wie so eine Pausenaufsicht. Ich glaube schon, dass als ich jünger war, ich irgendwann gemerkt habe in der Schulzeit, dass es irgendwie immer mehr darum ging, oh, Jungs und irgendwann wurden auch Sexgeschichten erzählt. Achte, neunte Klasse ist ja da, wo viele Jugendliche anfangen dann so. Ist sie das, als sie dünn war? Ey, diese Augenbrauen. Sexuell aktiv zu werden oder sich zu interessieren, habe ich das schon erlebt. Die denkt, die ist Fillmore. Dass ich mal in der Klasse saß und vor mir zwei Mädchen angefangen haben, Geschichten zu erzählen wie, oh, und da hat er mir den Rücken zerkratzt und das war richtig geil. Und ich saß da und dachte so, hä, was zur Hölle passiert denn jetzt? Ich habe ehrlich gesagt in der Schule... Wenn ich dich sehe, würde ich auch sagen, was zur Hölle, ne? Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ich halte mich zurück. Ich würde nur sagen, was zur Hölle. Ich habe in der Schule immer gedacht, ich bin ja viel cooler als alle anderen, weil mir das alles so egal ist. Und ich bin ja so erwachsen und so reif. Was natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber das war eher so mein Mindset. Wenn ich jetzt zurückdenke, so an meine ersten Erfahrungen und auch an meine Jugend, als ich so begonnen habe, mich überhaupt mit Sexualität zu beschäftigen, würde ich schon behaupten, dass ich immer asexuell war und das einfach nicht wusste. Durch Beziehung kam das erst, dass ich das alles... Aber die war mal echt dünn, ne? Die ist ja ein richtiger Quops geworden. Hinterfragt habe und jetzt einen Namen dafür habe, was bei mir anders ist als bei anderen. In Beziehungen war es schon so, dass ich mir auch wahnsinnig viel Druck gemacht habe. Ich habe immer wieder versucht, eine Quote zu erfüllen, immer wieder versucht, eine gute Freundin zu sein. Und das hatte gar nicht immer was mit den Partnern zu tun, sondern auch ganz, ganz doll mit mir, weil ich immer dachte, das gehört dazu, ich muss das jetzt tun. Ich weiß nicht, wann genau ich das das erste Mal angesprochen habe, aber es war, glaube ich, gefühlt von Anfang an ein Thema. Und es war auch immer der Hauptstreitpunkt. Weil viele Menschen, wenn man sagt, ich finde dich sexuell nicht anziehen, nur hören, du bist hässlich. Obwohl das nicht die Aussage ist, die dahinter steht. Man sieht es natürlich auch überall in den Medien. In jeder... Nein, 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 asexuell ist nicht impotent. Impotent ist, wenn du keinen hochkriegst. Asexuell ist irgendeine psychische Erkrankung, die auf irgendetwas zurückzuführen ist, weshalb Menschen kein Verlangen nach Sex haben. Ganz einfach so. Und sie hat es anscheinend auch nicht. Keine Ahnung, was bei ihr schiefgelaufen ist. Bei Rom-Com haben die irgendwann Sex und Vögeln. Oder auch in Songs oder was auch immer, denkt man, das gehört dazu und es ist normal. Und wenn einem niemand sagt, nee, ehrlich gesagt, du kannst das machen, musst du aber nicht, kommt man darauf. Sagen wir mal so, jeder von uns hat den Moment, wo er sein Gegenüber oder wo er durch sein Gegenüber asexuell wird. Auf ja nicht. Das ist noch gut. Ich kenne den einen oder anderen Hasen, der wirklich am Tag es ganz nötig hat, zweimal rauszugehen, um sexuell aktiv zu werden. Ich nehme und denke mir so, nee, das ist mir viel zu viel Aufwand. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Body Count 200 plus. Auf. Ich finde, diese Omnipräsenz von Sex ist zwar für Ace People besonders schwierig und anstrengend, weil man ständig mit etwas konfrontiert wird, was nicht zu einem passt und man mit diesem gesellschaftlichen Druck konfrontiert wird. Ich muss das erfüllen, ich muss das tun, das ist normal, das gehört dazu, jeder will das. Es kann aber auch für Menschen schwierig sein, die vielleicht einfach schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht haben und sich deswegen mit dem Thema aktuell nicht auseinandersetzen, die immer wieder daran erinnert werden, dass unsere Gesellschaft einfach nur aus Sex besteht. Es führt schnell dazu, dass man denkt, wenn ich das nicht will, bin ich überhaupt noch Teil der Gesellschaft. Sexualität hat sich für mich wie eine Aufgabe angefühlt, wie so eine Haushaltsaufgabe. Heute machst du mal die Spülmaschine sauber und morgen haben wir dann Sex. Also total rational. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Bitte, Leute, sagt mir ehrlich, gibt es sowas, dass die Frau nur mit ihrem Mann schläft, wenn er aufräumt, wenn er die Spülmaschine ausräumt. Bitte, bitte, sagt es mir. Doch, ich kann, bei Deutschen kann ich es mir halt vorstellen, ne, dass es wirklich so ist. So bestrafenmäßig. Ich schlafe nicht mit dir, bis du nicht aufgeräumt hast. Hammer, echt. Vielleicht noch Staub wischen. Ey, ich muss mir gerade so diese Männer vorstellen, die sich so im Ehebett von hinten so anschleichen, ne. und darauf hoffen, einen Fick abzustauben und am Ende auch noch leer ausgehen mit der Aussage, ich bin müde oder hast du mir überhaupt beim Haushalt geholfen? So, wenn du mir nicht beim Haushalt hilfst, werde ich auch nicht mit dir schlafen. Ne, und da muss ich schon wirklich sagen, du Hurensohn, ne, an den Mann gerichtet, wenn du da nicht ausziehst oder sie nicht zu ihrer Mutter nach Hause fährst, was soll ich dir dazu sagen, ne. Das ist schon hart, wenn man sowas mit sich machen lässt. Traurig. Ich bin da rangegangen wie, wie so ein Putzplan und nicht mit einem, oh, das macht Spaß und das hätte ich gerne. Als es mir so besonders schlecht ging, war ich ziemlich zerfressen von Schuldgefühlen, von... lasst euch scheiden. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn die Frau dir ist, äh, verweigert, ne, so, über einen längeren Zeitraum, dann, was wollt ihr denn sonst machen? Da bleibt entweder so fremdgehen oder scheiden lassen. So, ist halt traurig, aber ist halt die Wahrheit, so, was willst du machen? Abos von Goku, danke dir, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Genau, Mädels, immer bereit sein, wenn der Mann willig ist. Nur, nur mit, äh, wie heißt das? Gutscheine am besten muss die Frau verteilen. Drei Gutscheine im Monat. Ein Minderwertigkeitsgefühl, also ich war sehr traurig, ich war auch so ein bisschen Richtung depressive Symptome. Es ging so weit, dass ich teilweise auch hinterfragt habe, was mache ich hier eigentlich, wenn ich sozusagen das in einer Partnerschaft nicht mal bieten kann. Wofür bin ich dann überhaupt hier? Also, ey, wer mit ihr schläft, wer mit ihr schläft, ist ein Hund. Ey, Abos von Goku, die ist asexuell. Und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Ey, das Problem ist, ich weiß nicht, aber ich denke, ein Mann würde irgendwann doch gar keinen mehr hochkriegen bei einer Frau, die dir den Beischlaf verweigert. Du würdest dir doch irgendwann so Abturn kriegen, so richtig so, ah, du hast nicht die Spielmaschine ausgeräumt und so. Ekelhaft, bäh. Nachdem die Phase war, wo es mir so sehr schlecht ging, habe ich immer mehr versucht herauszufinden, was ist da mit mir, was ist da los. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich darauf gekommen bin, aber ich bin irgendwie über den Begriff asexuell gestolpert und habe halt die Definition gelesen, dass es was mit Sex... Gibt es auch Männer, die verweigern oder Frauen damit bestrafen, wenn sie nicht gekocht hat? Ich überlege gerade. Boah, bestimmt. ...sexuelle Anziehung zu tun hat und habe dann sofort gedacht, oh, das bin ich. Ich bin nicht kaputt. Es gibt andere, denen geht es einfach absolut genauso. Also ich habe mich so richtig empowert gefühlt. Du wirst immer Zugehörigkeit finden. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Inzest stehst und dann auf ein Forum für Inzest gehst, wirst du auch eine Gruppe von Menschen finden, die es ganz normal finden, mit ihrem Bruder zu schlafen oder mit ihrer Schwester und dann wirst du auch eine Zugehörigkeit haben. Ne? Diese Aussagen immer. Ich habe auch andere Menschen gefunden, die so sind wie ich. Ja, es gibt immer andere Menschen. Wenn du in den Knast gehst, wo Leute wegen Mord sitzen und du auch wegen Mord in den Knast kommst, dann wirst du auch Menschen finden, die so sind wie du und die das einfach relativieren und sagen, ja, eigentlich normal. Musste halt sein mit dem Mord. Junge, Junge, Junge. Ich fick doch die Zugehörigkeit dieser Gesellschaft. Das war eine sehr heilende Erfahrung. Ich habe mich richtig gefreut und habe auch so ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Es gab bestimmt auch Momente, wo ich geweint habe, weil ich einfach die Erleichterung gespürt habe von da fallen mir so zentnerschwere Steine von den Schultern, die mir immer das Gefühl haben, ich bin schuld. Und dann hatte ich immer mehr das Gefühl, ich bin nicht schuld. Ich bin voll okay. Ich bin halt queer. Ich bin halt anders. Hä? Ey, aber was hat queer was damit zu tun? Ah, weil LGBTQIA+, das A am Ende, das ist glaube ich für Asexualität. Deshalb. Das wurde neu aufgenommen. Und deshalb ist sie queer. Ich tanze seit 10 Jahren. Heikel, würdest du eine Nacht mit ihr verbringen für 10.000 Euro, wenn ich sie vorher selber duschen darf und rasieren darf, dann ja. Also mit 16, 17 habe ich angefangen und das war von Anfang an irgendwie eine Passion für mich. Also ich habe mich da total wie ich selber... Jetzt, wo ich das gesehen habe mit ihrer komischen Socke und dieser Fußbewegung auf gar keinen Fall. Ekelhaft, wahr. Warum trägt sie Anzugsocken? Seitdem ist das ein total wichtiger Teil. Jetzt zu spät. Ey, Browsy, aber ich wusste, ich kannte die Szene noch nicht. Das ist unfair. Du bist eine ungerechte Lehrerin. In meinem Leben das immer wieder zu machen, wenn Musik angeht, tanze ich so vor mich hin und dann geht es mir einfach besser. Bitte, bitte tanze. Bitte, bitte tanze. Mit deinem Hundewappen. Was ich wichtig finde beim Tanzen zu zeigen... Ah, die tanzen, äh... Tap-Tanz oder nee, wie heißt das? Bacchata. Vor allem jetzt vielleicht auch in Verbindung mit meiner sexuellen Orientierung ist, dass Asexualität nichts mit Prüde zu tun hat und dass ich einen Tanz auch mit jemandem fühlen kann, ohne dass das so was führen soll. Also ich kann jemandem... Ich weiß nicht, wie ihre Füße aussehen. Es geht um die Fußbewegung. Die hat mich sehr getriggert. Was war das? So streichen, so auf Elegant, Alter, so anzugesocken mit diesem Aussehen. Blicke zu werfen oder jemanden anfassen, ohne dass ich jetzt gerade will, dass sich daraus irgendetwas entwickelt. Die eignet sich ja noch nicht einmal als Brennholz, ne? Bevor ich mich in der Hölle mit so einer aufwärmen würde. Junge, Junge, Junge. Nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Die ist fett und hat schon eine erotische Komponente. Diese Welt ist zu grausam. Boops, 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 Boops. Die hat aber Boops. Ey, aber wirklich, ne? Normalerweise sagt man ja immer, Titten bei einer Dicken ist wie Sixpack bei einem Dünnen, ne? Aber selbst das konnte sie noch nicht einmal erfüllen. Das ist dann aber halt, wenn man sowieso mit der Person halt irgendwie vibet. Weil ich mache einfach Tanzen, weil ich Bock habe, mich zu bewegen, weil ich Bock habe, Sport zu machen und so weiter. Und wenn ich eine Frau neu kennenlerne, die ich nicht kenne, dann steht das vielleicht auch schon irgendwo im Raum. Hey, ich finde die Person interessant, möchte ich vielleicht mehr kennenlernen. Es gibt auch solches und solches Tanzen, ne? Ja. Es gibt Tanzen und dann gibt es Leute, wo man denkt, nehmt durch ein Zimmer. Aber das kann halt auch Show sein. Also, ne? Also, es gibt ja auch einfach Tanzpartner. Machen wir ja auch. Also, ne? Wir werfen uns auch Blöcke möglicherweise zu, wo andere denken können, oh, was denn da los? Oder das fasst mich ja auch an und so. Und dann könnten andere auch denken, irgendwas läuft da. Aber ist halt nicht so. Wir fühlen einfach den Tanz. Ich schwöre es euch, noch nie wurde diese Musik so schlecht eingesetzt, ne? Wie bei den beiden. Unerotischer und unästhetischer geht's aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob mir das so wichtig war, mich vor Tice zu outen. Ich hab das irgendwann getan, aber wir kannten uns ja schon lange vorher und es stand sowieso nie im Raum. Aber ich glaube, wenn es jetzt nicht gerade Tice wäre, sondern jemand anders. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Schauspieler. Frederik oder so. Boah, wie heißt der Schauspieler? Warte, ich muss den kurz raussuchen. Junge, ich fick doch dieses Internet. Frederik Lau. Ich wusste doch, dass der so heißt. Dann würde ich mich definitiv schon vorher outen wollen, weil das Tanzen sehr schnell als Anbahnung für Sex gesehen werden kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, einmal klarzumachen, ja, mag bei dir so ankommen, aber da sind wir auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs. Coming Out ist ja noch nicht so wahnsinnig lang her, deswegen bin ich... Aber warte mal, wenn sie asexuell ist, dann gibt es auch keine Selbstbefriedigung, ne? Noch ganz, man nennt es immer Baby Ace, also ich bin noch ganz frisch in der Community drin. Der Austausch mit anderen asexuellen Menschen macht erstens total viel Spaß, sich manchmal auch einfach in Anführungsstrichen ein bisschen lustig zu machen über die alunormative Welt, also alu ist das Gegenteil von asexuell, aber es hilft natürlich auch, wenn... Alunormativ, was? Aluhutträger. Wenn man traurig ist oder verletzt ist von irgendwas, sich darüber einfach aufzuregen und mit Menschen zu sprechen, die die Erfahrungen nachvollziehen können. Wir treffen jetzt zwei Personen aus meiner Community, aus der Ace-Community, die ich vorher noch nie gesehen habe, wir haben uns bisher nur online gesehen. Ich glaube, es ist jetzt ganz cool, sich mal mit Leuten auszutauschen, die die gleiche Erfahrung gemischt haben, die ich gemacht habe, vor allem so im Real Life. Bin total gespannt, die kennenzulernen. Darf ich dich umarmen? Ja. Hi. Vielen, dass ihr da seid. Für euch ist das jetzt nicht das erste Mal, mal Ace-Personen im Leben kennenzulernen, ne? Nee. War die schon mal zusammen auf dem Stammtisch gleichzeitig, oder? Ja. Wartet mal, ihr seht deren Köpfe nicht. Geh mal runter mit der Kamera. Genießt diesen Anblick. Ja, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Also, ey... Ey, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich weiß nicht, warum, ne? Aber meint ihr, es gab eine Person, die auf asexuell getan hat, sich dann mit einer anderen asexuellen Person getroffen hat, ne? Und dann sie so mäßig manipulieren wollte, damit sie am Ende doch miteinander schlafen, so nach dem Motto, das ist voll eklig, aber sollen wir nicht mal ausprobieren? 100% sagst du, jemand hat sich diesen Aufwand gemacht. So was machen nur Kanacken. Mo, mo, bre, move. Ice, people und Kuchen sind ja a thing, ne? Ja. Auf jeden Fall. Es gab mal so eine Umfrage in der Ace-Community, was würden wir lieber machen als Sex? Da wurde, glaube ich, auf Top 1 gewählt, Kuchen essen oder einfach essen allgemein. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich funny, dass ihr jetzt hier Kuchen essen. Funny. Du bist die einzige Fette von den drei. die einzig Korpulente, die eigentlich nicht zum Kuchen greifen sollte aufgrund ihrer Gesundheit. So war das gemeint. Ich habe tatsächlich ein T-Shirt, wo das auch draufsteht. Ich habe auch ein Shirt, auf dem steht It's not that you're not hot, it's just that I don't care. Und ich so, Mut. Wenn man einmal beginnt, sich damit zu beschäftigen, realisiert man erst wie. Man merkt richtig, die beiden haben gar keinen Bock auf sie. Die werden sich danach nie wieder mehr bei ihr melden. Die redet zu viel. Krass, man da so reinpasst und denkt so, ah ja, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr asexuell. Verdammt. Ja, vor allem auch, wenn man über vergangene Sachen nachdenkt, machen die auf einmal Sinn. Meine beste Freundin sagt dann auch immer so, Julia, wenn du dich fragst, was sexuelle Anziehung ist, dann hast du sie vermutlich nicht. Also mir bedeutet es richtig viel, diese Community gefunden zu haben, weil ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man zufälligerweise andere Ace People trifft. Und für mich ist es einfach auch ein Raum, wo ich dann irgendwie mit Menschen sprechen kann, wo ich den Eindruck habe, wir sind alle gleich. Es gibt mir auch irgendwie so das Gefühl, dazuzugehören. Vorher war es immer diese Frage, okay, was ist falsch mit mir? Und jetzt merke ich halt überhaupt nichts. Die meisten kennen einfach Asexualität als sexuelle Orientierung nicht. Und wenn... Es gibt auch asexuelle Männer tatsächlich. Aber ganz ehrlich, die brauchen Bazooka. Heikel, du bist Tunesien. Ich habe all die Jahre gedacht, du wärst türkisch. Ich bin ein Viertel Türke. Sie mir das Ich habe osmanische Vorfahren. Was dann absprechen, ist es für mich schon so ein Zeichen, sie akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Wir sind alle Mitte 20 und werden uns genug damit beschäftigt haben, um zu wissen, ob wir asexuell sind oder nicht. Und wenn sich dann jemand mir gegenüber... Ey, aber in Hamburg leben echt nur komische Menschen. Ist euch das mal aufgefallen? Besser, aber du musst erst mal den Richtigen finden oder keine Ahnung, irgendwelche anderen komischen Argumente vorher vorbringen. Dann denke ich mir, okay, du hast den Punkt nicht verstanden. Du hast mich nicht verstanden. Mir wird regelmäßig gesagt, dass meine Erfahrung nicht valide ist, dass ich mal Hormone checken lassen soll, dass ich ein Trauma habe, dass ich in Therapie gehöre, dass mein Leben doch nicht lebenswert sein kann, wenn ich keine Sexualität habe, dass ich PartnerInnen doch gar nichts zu bieten habe. Und das sind natürlich schon Schläge ins Gesicht. Mein Körper ist ja nicht das Einzige, was ich zu bieten habe in einer Beziehung. Und ich reagiere auch gerne mal darauf, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel mit einer heterosexuellen Person spreche, naja, und woher weißt du, dass du dich nicht von... Berlin ist schon... Nein, 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 du verstehst es nicht. So, äh, Hamburg ist so unterteilt, ne, in so mehreren Gruppen. So, zum Beispiel wie diese Hizb utahil Gruppe, die hast du ja nicht in Berlin, ne, das ist jetzt so richtig Hamburg. Ein Hamburger Ding, ne. Dann diese asexuellen, äh, dann diese Afghanen Community. Du hast so ganz viele komische Aufteilungen. Von Frauen angezogen fühlst, wenn ich jetzt mit einer Frau spreche. Du weißt ja auch, dass du heterosexuell bist, ohne dass du mal Sex mit einer Frau hattest. Und genauso ist es bei mir. Ich weiß auch so, dass es mir nicht gefällt. Ich kann einen Menschen total schön und auch attraktiv finden, aber es macht halt... ... ... ... ... Ey, aber das ist doch voll die schwachsinnige Aussage, ne. Du weißt, du bist heterosexuell, ne. So, okay. Äh, weil du vielleicht sexuell erregt bist, ne, wenn du schon nur das andere Geschlecht siehst, halten wir fest. Du bist asexuell, es ohne es jemals ausprobiert zu haben. Das ist immer noch ein Unterschied. Ne, checkt ihr? Ihre Argumentation macht gar keinen Sinn. Wenn ein März zum Beispiel durch die Straßen läuft und jedes Mal einen erigierten Penis hat, dann ist doch klar, dass er heterosexuell ist, auch wenn er jungfrau ist. So. Und du bist asexuell einfach so. Du weißt es gar nicht. Du hast ihn noch nie ausprobiert. Wenn du sagst, ich hab's schon mal gemacht und hinterher sagst du, boah, das ist voll ekelhaft und so, ne. Okay, so. Der Punkt gehört dir, aber diesen, diesen Punkt geb ich dir nicht. Nix mit mir. Also es führt nicht dazu, dass ich dann sag, boah, mit der Person will ich jetzt Sex haben. Sondern ich guck sie halt an und denk so, oh, die sieht gut aus. Ich hab mal den Vergleich gehört wie mit einem Gemälde. Also wenn man ein Bild sieht, huhuh, Merd. Dann sagt man ja auch, das sieht richtig schön aus, aber es würde man jetzt auch nicht wegrammeln wollen, das Bild. Also manche vielleicht schon, aber die meisten würde ich sagen eher nicht. Also so kann man's vielleicht vergleichen. Ihr hattet ja vorhin gesagt, ne, ihr seid ja auch schon mal zusammen beim Stammtisch gewesen. Also ich hätte total Bock mal mitzukommen. Habt ihr irgendwie Bock, dass wir uns mal irgendwie einfach vorher treffen und dann vielleicht zusammen mal hingehen? Können wir gerne machen. Ja, als ob die ihr jetzt Nein sagen, als ob sie ihr Nein sagen während eines, äh, wie heißt das? Während einer Aufnahme. Schön, mich gepackt zu haben. Ja, komm gut nach Hause. Danke, dass ihr hier wart. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, heute die beiden kennenzulernen. Ich finde, wir haben so gut ergänzt, haben immer wieder Erfahrungen geteilt, die ich mit anderen vielleicht gar nicht teilen kann. Und ja, ich bin total glücklich gerade, dass ich die beiden kennenlernen durfte und dass das irgendwie zustande gekommen ist und freue mich darauf, dann auch andere Leute kennenzulernen. Wenn ich eine Partnerschaft wieder eingehen würde, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass Sexualität keine große Rolle spielt. Ich würde gar nicht... Aber ey, das Gute ist ja, Heike, gehst du auch zum Stammtisch? Ja, ich würde auch gerne mal dort teilnehmen. Die haben zu 100% gelässert. Ja, natürlich haben die das. Ähm... Was wollte ich sagen? Guck mal, den Vorteil, den ihr habt, sollte eure Frau euch dem Beischlaf, äh, verweigern, ohne Gründe. Einfach eine Zweitfrau heiraten, ne? So, dann kommt ihr eines Tages einfach nach Hause, schiebt einen Koffer rein, dann fragt sie, hä, was ist das für ein Koffer? Dann sagst du, ey, ich habe eine Überraschung für dich. Ne? Äh, räum schon mal das Zimmer frei. Wie? Ja, fang schon mal an. Safi. Machst du Tür auf, kommt ein Jutti rein, ne? Und fertig. Sagst du, guck mal, das ist jetzt meine Zweitfrau. Du willst nicht, es ist gar kein Problem. Ich liebe dich, ich respektiere dich, aber die, die hat schon im Auto die ganze Zeit Andeutungen gemacht. Nicht sofort ausschließen, dass sie gar nicht stattfindet, aber für mich wäre wichtig, dass es eine Person ist, die versteht, dass es ein Vielleicht ist, eine Option, wo man sich vielleicht zusammen hinarbeiten kann, aber dass es eigentlich unwichtig ist für die Beziehung. Und ich glaube, ich stelle mir alles andere eigentlich so vor, wie vielleicht viele andere auch. Also einfach gemeinsame Aktivitäten, emotionale Nähe zu haben, auch zu kuscheln, zu küssen. Nichts ist ja ausgeschlossen. Abgesehen von mir wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass das Thema einfach viel bekannter wird und dass es keinen Menschen mehr in der Zukunft geben muss, der sich zu Dingen zwingt, die man nicht machen möchte, sondern dass einfach alle Menschen verstehen, kein Sex zu wollen ist eine Option und sich nicht angezogen zu fühlen auf der Ebene ist auch eine völlig normale Option. Es ist einfach nur eine Varianz der Norm, dass somit kein Mensch mehr rumlaufen muss und denken muss, ich bin falsch. Warum haben die wieder diesen Song kaputt gemacht? Hammer, echt, Alter. Gewalt ist keine Lösung. Ich mag Gewalt, weißt du doch. Weio, weio, weio. Also würdest du behaupten, Marihuma, du würdest es absichtlich machen, damit der Mann dich dann haut. Weil du diese Gewaltfantasien hast. So, jeder Mensch ist halt anders.